Liebe Freunde der Niederrhein-Nachrichten und des gepflegten Fußballs, um diesen schmucken Pokal geht es. Und es dauert jetzt roundabout noch fünf Minuten, bis der Sieger feststeht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Platz und zeigen die letzten Momente, die letzten Minuten für Sie live und in Farbe. Aktuell steht es 1 zu 1 zwischen Nigeria und dem Iran, also Sevelin und Aldekerk. Und jetzt, wie gesagt, die letzten entscheidenden Momente, die wir Ihnen nochmal präsentieren. Hier bleibt vorne. Warte, sie sind vier eng. Warte, komm. Letzter Weg. Letzter Weg. Komm. Komm. Spiel. Jetzt weiter. Servus. Wir waren schon mit der Linie hier. Kör ab. Kör ab. Wir waren zurück. Weiter raus. Wir waren klar. Warte. Komm hier. Lens. Warte. 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 Jetzt spielen wir! Spiel doch jetzt! Spiel doch jetzt! Schön bespielt! Hier zurück! Und nach hinten arbeiten! Wir gehen! Robert! Gerade eine kleine Verletzungsunterbrechung. Aber man kann sagen, das sind wirklich zwei Mannschaften, die mit offenem Visier spielen. Schnelles hin und her. Das macht tatsächlich wirklich Spaß zum Zugucken. Also alle, die hier den Weg ins Stadion an den Bresserberg gefunden haben, die haben auf jeden Fall ein richtiges Wochenendprogramm rausgesucht. Und jetzt ist die Pause auch schon vorbei. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal aufs Spiel drauf. Er desapare hotels. Endmittel. Mega allein. Ich schlich! Bei Armabpack! Überraschende Zündungen. Jetzt hin, Fallabpack! Ach Underpack! Pubeancing! Arbeit! »Das ist gewesen, das ist aber vorher deux Proげ zu stellen!« Nähen Sie, die erste'!」 Oder? Jetzt mit Rumpf, mit Rumpf, weg, 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 weg. Warte, bring Mia aufs Spiel, du kamst, ich kamst, ich kamst. Mia, komm, komm, komm. Rats, ja, super, Mia, Mia ist. Rats, 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 gut gemacht. Warte, es kommt, jetzt noch mal. Die Partie ist abgeführt unter 15 Minuten. Nigeria gegen den Iran. 1 zu 1. Das heißt, es gibt ein 7-Meter-Schießen. Die Spannung also wirklich bis zum bitteren Ende. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und zeigen Ihnen dann gleich nochmal in ganzer Länge, dass sie 7-Meter schießen. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause.